Ja, liebe Öztröntlern, dann geht es manchmal ganz schnell. Die erste Hektare Raps ist da schon weg. Ich war fast zu spät mit dem Wagen. Und die Hektare war schon weg. Die erste Hektare nehme ich das Raps nach Hause, wenn es das Wetterrest zulässt, wir werden sehen. Und hier fühlt sich trocken an. Sollte Raps Sollte Raps Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Minuten bereit. Ich denke, da sitzt er dann hart wie ein Leder. Hart wie ein Leder. Ja, auch das Dreschen hat da seine Schwierigkeiten. Ich muss da die Wagen nach hinten verschieben, damit er da auf trockenem Terrain den Bunker leeren kann. Es gibt da Probleme. Es ist immer noch sehr nass im Land. Er hat da Mühe. Das Dreschen hier ist eine Nässe. Ich weiss nicht, ob er überall alles nehmen kann. Das wäre auch das erste Mal, dass ich das auf dem Land zurücklassen müsste. Scheiße. Verrückt. Hier ist noch Wasser im Feld. Das kann er nicht dreschen. Er probiert nochmal, auf dieser Seite drei Meter zu nehmen oder ein paar Meter. Und nachher hören wir auf. Geht nicht mehr. Dieser Stück wird bleiben. So, mir geht nicht mehr. So, mir geht nicht mehr. so, mir geht nicht mehr. So, mir geht nicht mehr たTFt,